Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu diesem ganz besonders neuen Video heute hier auf meinem Kanal. Meine Mama und ich haben uns gedacht, wir haben schon so oft Instagram-Bilder, YouTuber-Bilder, Tumblr-Bilder, alles mögliche Bilder nachgestellt, aber noch keine Tierbilder. Ja, und deswegen haben wir uns die lustigsten Tierbilder rausgesucht und werden die jetzt nachstellen. Und da wünsche ich euch ganz viel Spaß. Rein mit dem Kopf in die gute Tasche, komm rein in die gute Tasche. Who let the dogs out? Deinen Kopf ein bisschen schräg legen und jetzt mit der Zunge übers Holz. Der Blank ist so ein Witzelhalber. Großartig. Oh, I love it. Ich glaube, du siehst so schön aus wie die Ziege. Ja? Ja. Oh, toll. Ja, ganz toll. Das war aber ein kleiner Hund, jetzt kommt der große Hund. Das ist ein Löwe. Das war gerade ein Affe. Aber dich nicht. Und stolz gucken. Ich lasse haben. Das Gras juckert. So gräst es juckering. Okay. Drei, zwei. Das war eine Punktlandung. Das war sensation. Lenne, was ist denn hier passiert? Was ist denn hier passiert? Okay, der Karton ist schrug. Der ist schrug, ja. Brauchen wir noch eine Szene oder reicht das schon? Das reicht schon. Top. Hallo Frau Doktor. Ich habe ganz starke Bauchschmerzen und Bleuungen. Ja, das ist sehr schön. Ja, oder? Das riecht voll nach Molli. Das Körbchen riecht nach Honig. Ich sag ja, die riecht nach Honig. Die riecht nach Honig. So, Hündchen. Und jetzt mach schön Sitsch, ne? Und guck schön nach oben. Du hemmelst dein Herrchen an. Ja, genau. Du bist fein. So ist er fein. So ist er fein. Ja, so ist er ganz fein. Wupps. Warte. Okay, hab's. Es war Jenna, du Bananer. War aus Absicht. Läuft. Okay. Das ist so rau. Ich hab Angst, mir die Hände aufzuschubbeln. Und jetzt so? Nee, die hat die Arme schon liegen. Genau. Eigentlich hängen die auch runter von der Mauer. Sie hat die Arme liegen, aber eigentlich hängen sie runter von der Mauer. Ach so. Opa. King of. Ist immer aber Werk. Queen. Freunde. Das war's leider schon von diesem Video. Aber wenn ihr mehr Tierbilder-Nachstellen-Videos sehen wollt, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Dann würde ich sagen, verlinke ich euch jetzt noch mein letztes Bilder-Nachstellen-Video. Und ein Video von OMG Sketch Comedy. Einer sehr lustigen Sketch-Comedy-Serie, in der ich mit spiele, liebe Leute. Also guckt es euch auf jeden Fall an. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Also bis dann. Ciao. Wau, 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 wau. Pfiou, weep. Ciao.